mehr Schaden als unser Rhypod mit Nova-Kanon aber bald können wir Nova-Kanon 2 bauen und dann machen wir doch deutlich mehr Schaden und direkt einen Schlag ausgenobbt sehr schön so will ich es sehen und wir sind wieder voll da haben wir schon wieder so einen Arthorn Oh! Ausgewischen und dann sowas hier ok ich muss wirklich öfters ausweichen ok das wäre jetzt der Knockout gewesen ok dann hören wir uns so fertig das wäre der Knockout gewesen wenn wir uns mit dem Käse gehalten hätten gibt es hier irgendwas interessantes vielleicht noch eine Königsmime Blitzkristaller wow wow trotzdem machen wir bei den Monstern richtig viel Schaden oh so ein ANS-Bonus hätte ich schon gerne die würde jetzt verdammt gut wirken wenn wir jetzt so viele Punkte kriegen naja gut ich riskiere es trotzdem nicht so so du kriegst jetzt mal die Punkte was es dir mal wirklich verdient du brauchst ja noch für unsere Shield-Sets also die Shield-Sets so wie viel machen wir denn beim Arthorn ok nicht so viel eigentlich ist es ein Roypot Gegner wie ihr seht mit der Waffe vom Max machen wir deutlich mehr Schaden besonders auch hier bei Hitze-Kladungen sieht man das deutlich unsere Nova-Kanon gegen die Monster sieht lächerlich aus deswegen bin ich froh wenn wir gleich den Feuerstein-Altar haben dass wir ähm endlich Nova-Kanon Level 2 machen können dann sieht das doch hier ein wenig anders aus ok es waren sogar alle Monster hervorragend so ich will kein Speeder spielen ich will noch die Kisten einsammeln und dann geht's endlich zum Endboss äh zum Wächter des alten Schatzes wer auch einmal du heißt so hier muss es noch glaube ich noch ein Karte und Zapperkristall hatten wir glaube ich Karte hatten wir auch schon ich hab guck mal hab ich schon alles vergessen ok wir kriegen Farbe und noch Reparaturpulver also Schuss-Reparaturpulver der Ausgang ist da hinten alles klar die Karte ist ziemlich klein und dann bin ich gespannt äh wie es wirklich hier weiter geht im Mondblumenpalast muss ich noch fotografieren und Stone also passend aus über den Stonehenge das darf ich nicht vergessen und ich sollte gleich einmal zu Donnie gehen wenn wir den Feuerstandaltar fotografiert haben ob er neue Knüller gefunden hat ok los geht's äh bevor ich da reingehe werde ich speichern bis gleich ok und los geht's kammer des Feuersteins und ich trinke jetzt erstmal was Wächter des alten Schatzes Inferno und du siehst richtig geil aus Hammer guckt euch mal diesen Boss an diesen Wächter die sieht einfach nur geil aus muss ich ja wirklich sagen so wie viel Schatz hau ich raus ok haha der sollte mit Max jetzt kein Problem sein und er steht auch nicht mehr auf und das war's für dich der leichteste Gegner ever Hammer ja das ging ja Rukisuki mir und damit haben wir den jetzt den letzten wow Stein den Feuerstein na gut jetzt kommt er voll schnell erst haha so Kamera zücken und knipsen und wir können gleich bauen ich traue mich jetzt hier nicht zu bauen da ich nicht weiß ob hier ob hier das Spiel abstürzt gehe ich raus weil in den Dungeon darf man nicht bauen es gibt diesen Bug ähm der der besagt bauen hier in Dungeon verboten wenn man dann aus dem Menü rauskommen möchte geht es nicht mehr da hängt sich das Spiel auf ich weiß nicht warum aber es ist wirklich so okay bauen äh bauen ja bauen neuerfindung erstmal alles reinpacken und alles löschen und jetzt habe ich mich natürlich so schlecht vorbereitet dass ich nicht weiß was für Dinger ich brauche ich glaube das waren einfache Sachen so ach ja Feuerstein Altar Straßenlaterne und die Sonne alles klar ähm so es für Straßenlaterne und Sonne die Straßenlaterne haben wir in Palm Brinks bekommen so Straßenlaterne ne ne das ist nicht dein Ernst oder die Sonne habe ich tatsächlich nicht ach stimmt ach meine Güte was ist was ist hier was ist hier los ich habe gar nicht geguckt wie viel Uhr wir haben steht die Sonne noch im Himmel doch bei 16 Uhr sollte das noch klappen ich habe es vergessen ich habe es vergessen die Sonne wieder zu fotografieren wo bist du da oh das ist jetzt schon die Abendsonne ist doch nicht dein Ernst ach komm schon ich will nicht die Abendsonne ich will die Sonne haben ach das ist doch jetzt unfair äh Option Zeitgeschwindigkeit auch schnell man ich will den Overkanon herstellen aber ich kann das nicht weil ich die Sonne nicht habe ich habe es voll vergessen so ein Mist aber noch na gut müssen wir das gleich noch machen so wir haben alle drei wir haben alle Steine erstmal hier wieder soziieren und hier sehen wir den Erzstein den Wasserstein den Windstein und den Feuerstein das war's gut dann werden wir uns nach Vinicio begeben nein Vinicio und besuchen Donnie mal wieder kann ich das hier mal alles wegpacken das braucht es gar nicht mehr da ich eh erstmal wieder Synthesepunkte besorgen muss oh ja dieser NS-Bonus wäre verdammt im Vorteil jetzt aber Vinicio Amsonne wäre jetzt da gewesen ne die war gerade die war gerade noch da und jetzt ist sie verschwunden so na egal die haben wir ja eh schon Haus betreten und da müssen wir gleich mal schauen welche Knüller ich haben kann knüller suchen juhu du hast sechs neue Knüller ich wusste und du hast komm schauen man häng nicht ok der hat keine Knüller mehr ging schon nach kaufen was hat der denn nochmal ach so paar rüstung ich kaufe noch ein bisschen brot zur Sicherheit ach ja der thronschlüssel das muss ich auch erzählen in der training session ähm gab es wieder in einer Ebene Truhen also verschlossenen Truhen in einer Truhe hab ich vier Schlüssel gefunden ich geh zu einer ähm verschlossenen Truhe öffne die mit den mit den thronschlüssel und was kam da raus nochmal vier thronschlüssel das war so genial das glaubt mir keiner weil es keiner gesehen hat das ist so echt doof aber das war richtig genau ok wir können noch nichts machen wir haben keine neuen knüller das heißt ich muss mal nachschauen welche knüller ich jetzt machen kann so das sind unabhängige knüller der auch der auch der auch der auch bombachkaufknall ich glaub den hab ich schon gespürt ach ne das war ne das war der andere das war der dreifachkracher so das haben wir auch alle schon der blumenpalast haben wir noch nicht kolospasinos haben wir noch nicht den müssen wir jetzt gleich machen ja das teich heiße krille das können wir auch jederzeit machen mit einer gewissen uhrzeit alles klar das heißt zwei knüller die wir uns noch holen müssen auf geht's nach kassel stonehage ja komm bewegt mich da hin wir müssen jetzt die steine einsetzen so stonehedge haben wir ja schon den knüller und jetzt müssen wir den pasnos über den stonehedge fotografieren so wir fangen mit dem erdstein an wir gehen in der reihenfolge wie ich die steine bekommen habe erst den erd dann den wind dann den wasser und dann den feuer so wie er hier aufgelistet ist erdstein na gut hier steht erst erst ähm wasser und dann wind ich glaube das geht auch nach alphabet ne ne dann nicht er ist ein windstatt altar ja doch wind ist der zweite dann kommt der wasserstein das war der seedrache so und zu guter letzt der feuer stein bums wo was happening look it's Pasnos all right it worked they've done it so that was your of course he has blood from two different times running in his veins it's given him special qualities a boy descended from two eras he may just be able to save us he could be the one now let us strike back what fun this is are you trying to stand up to my power with such a puny little fortress have it your way let the battle begin these pass those attacks aren't doing anything prepare to fire the nova driver sir nova driver ready to fire what's that what are they gonna do looks looks like they plan on using paz no strongest weapon the nova driver cannon nova driver cannon yes i've never seen it fire before either can it damage that thing i sure hope so we'll have to wait and see ready ready fire sir nova driver ready and fire god and come 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 Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Oh-oh, das ist sehr schlecht! Huh? Schau! Das Palas ist nach Palm Brinks! Die Stadt wird verletzt! Keine Ahnung! Was müssen wir tun, Herr? Es gibt eine Stadt auf dem Kraschpunkt des Palas. Blast es alles! Wie können wir es stoppen? Initiate Kolossus Mode! Was? Kolossus Mode? Was Sie sprechen? Es ist ein neues System, Herr Pasnus. Sie müssen Sie blöken. Pasnus hat nichts wie das. Ja, es ist. Du einfach nicht wissen es. Was? Aber seit Pasnus war in ihren Planeten, ich... Die Geschichte hat sich verändert. Nachdem Max und Monika zurückgegangen sind, Dinge haben etwas verändert. Sie haben etwas verändert. Sie haben eine ganz neue Zeitgeistriebe. Eine neue Zeitgeistriebe. Eine neue Zeitgeistriebe. Das erkläre es. Wir machen die jetzt, entirely Scientistische Musik 아니에요. Das ist unser System, der Kraschpunkt des Callew overheads wird aus. Cool! Was ist das? Ich habe keine Idee! Es sieht, wie... wie Paznos ist Transforming! Paznos ist ein Roboter! Huh? Wie macht es das? Was ist das? Wir werden den Palast mit Paznos verhindern. Dive! Ja, Herr. Das war's für heute. Wie cool! Es hat sich nur den Palas abgeholt. Der Palas ist auf dem Boden. Wir versuchen es in den Weg zu kommen. Okay!